Musik Ich habe vor einiger Zeit einen geistlichen Eindruck gehabt, ein Bild oder eine Vision. Und zwar war es folgendermaßen. Ich hörte, wie Jesus mich fragte, ob er mir etwas zeigen soll. Ich habe natürlich Ja gesagt und dann hat er gedacht, ich werde dir einen Ort zeigen, der sehr, sehr, sehr schön ist für mich. Ich werde dir einen Ort zeigen, der wunderschön ist für mich. Da dachte ich, na gut, das wird ja hochinteressant. Und dann bemerkte ich, dass ich in etwas Dunklem, irgendwie undefinierbarem stand und langsam wurde es heller. Es war so, als ob die Sonne aufgeht. Aber es war wie hinter ganz, ganz, ganz dicken Wolken. Es war nur so, dass es heller wurde. Es war nicht das Geringste zu erkennen. Es war wie eine ganz dicke, weiße Wolkenschicht. Der gesamte Himmel war weiß, einheitlich weiß. Es war keine Sonne oder sowas auszunehmen. Es wurde nur einfach heller. Und dann schaute ich mich um und ich bemerkte, dass ich auf einer riesigen Ebene stand. So weit das Auge schaute, in jede Richtung war es brettflach. Und es war nicht das Geringste zu sehen. Kein Grashalm, nichts, gar nichts. Es war vollkommen leer. Und es war weiß, weißer Boden, weißer Himmel. Es war sehr, sehr befremdlich. Und ich hatte einen Moment lang gedacht, ob ich in der Wüste stehe oder was. Aber da war nichts, was da irgendwie das hätte erkennen lassen können. Und ich dachte, ich stehe auf einem riesigen Eisfeld oder sowas. Aber das war auch nicht der Fall. Es war einfach ein Ort, an dem buchstäblich nichts war. Völlig leer. Und ich habe mich gewundert, wie er sagt, Gott, das wäre ein schöner Ort. Und dann sagt Jesus zu mir, das ist der Ort, an dem deine Sünden aufbewahrt werden. Er ist vollkommen leer. Er ist vollkommen leer. Und das ist wunderschön für mich. Und ich verstand, dass dieser Ort leer ist. Alle Sünden, alle Schuld meines Lebens ist durch ihn vergeben worden. Alles, was da an Ballast war, an Schuld war, es ist ausgetilgt worden und es ist nicht mehr da. Er erklärte mir dann weiterhin, dass es Menschen gibt, die an dem Ort ihres Lebens riesige Gebirge von Schuld aufgetürmt haben. Die da sind und die eben nicht vergeben sind, weil die Menschen einfach Jesus nicht darum gebeten haben, dass ihre Schuld, ihre Sündenlast getilgt wird. Und er hat mir diesen Ort gezeigt, einfach auch um dich einzuladen, geh zu Jesus und sieh zu, dass die Sündenlast deines Lebens, all der Ballast, all diese Berge von Schuld weggetilgt werden. Sieh zu, dass auch du einen leeren Ort hast in deinem Leben, weil einfach alle Schuld vergeben ist durch die Gnade Jesu. Ich lade dich ein, dass du dich ihm einfach zuwendest und sagst, Jesus, ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst. Wir haben hier auf Gottes Haus einen Clip vorbereitet, wo du das tun kannst. Der ist unten eingeblendet. Du kannst dich da draufklicken und kannst einfach das Gebet nachsprechen und in etwas Neues hineinkommen, was Gott für dich hat. Ich möchte dir dieses Bild einfach weitergeben, weil ich glaube, dass es für einige Menschen sehr, sehr hilfreich ist. Ein leerer Ort. Der Ort, wo hoffentlich auch deine Schuld aufbewahrt wird. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!